Kennst du das? Du fühlst dich einfach farblos. Lass uns gemeinsam für den Freitag fertig machen, denn es ist egal, welcher Wochentag ist, was du vorhast. Du machst dich nur fertig für dich. Bevor es losgeht, mache ich jetzt erstmal schnell den Saugroboter aus. Du bist Ü40, hast keinen Plan vom Schminken und vor allen Dingen keine Zeit neben Kids Job. Haushalt und Mann, aber würdest du gerne einfach mal was für dich tun und ein bisschen mehr Farbe in dein Leben bringen, dann ist dieses Video für dich. Deine Woche mal nach Plan, meine mal wieder. Ich weiß gar nicht, wann die zuletzt mal nach Plan liegt. Meine mal wieder überhaupt nicht. Hier war eins der drei Kinder krank. Zeit habe ich nicht, aber ich habe Lust, mich gleich beim Blick in den Spiegel, den muss ich übrigens auch mal wieder putzen, noch viel lieber anzulächeln. Geht blöd, ist es aber gar nicht, denn so ein Lächeln, auch wenn es von dir selber kommt, schüttet tatsächlich Glückshormone aus. Und überleg doch mal, wer spricht am meisten am Tag zu dir? Und ich meine nicht damit Mama, 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 Mama. Das waren halt wirkliche Sätze. Ich verrate es dir. Das bist du selbst. Und das Allerschlimmste ist, wir selbst reden mit uns so, wie wir mit keinem anderen reden würden. Nämlich alles andere als nett. Denk mal drüber nach, was du dir heute Morgen alles schon gesagt hast. Gerade hier, was das bei mir heute Morgen war. Wo kommen denn die Ringe schon wieder her? Du nimmst dir viel zu wenig Zeit, um Sport zu machen. Krieg deinen Hintern endlich aus dem Bett. Warum sind die Brote für die Kinder noch nicht fertig? Hast schon wieder das Falsche eingekauft. Wie willst du deine ganze To-Do-Liste heute schaffen? All sowas. Und stattdessen sollte man doch sagen, Mensch, sieht gar nicht so schlecht aus bei dir. Hast du klasse gemacht. Also ich meine, der Teil ist doch ordentlich. Gut, den anderen siehst du nicht. Wusstest du, dass du all meine Lieblingsprodukte in meinem Shop www.marenwalder.de findest? Jetzt ist tatsächlich der Staubsauger-Rabott auf der anderen Ebene gestartet. Ja, wir haben von oben und unten jeweils einen. Und ausgemacht. Der Schrittzähler glüht. Jetzt brauche ich mal einen Schluck Kaffee. Typischer Mama-Kaffee. Zu lange gestanden. Schon wieder kalt. Oh, da hilft nur als wegschütten. Oder austrinken. Und ja, ich bin eine von denen. Nein, ich kann es nicht wegschmeißen. Ich esse die Reste der Kinder auf. Daher kommt wahrscheinlich auch diese Speckrolle. Oh, es gibt Gewohnheiten, aus denen kommt man nie wieder raus. Eine Gewohnheit ist, mal ein Produkt für viele verschiedene Zecke zu nutzen. Denn warum sollte man einen Creme Rouge nur als Rouge nehmen? Funktioniert auch super. Auf den Lippen, auf den Augen. An mehr Stellen habe ich jetzt noch nicht gefunden. Ohne Wimpern, tatsächlich ohne Milch. Das ist das, was ich schon immer, seitdem ich Kosmetikprodukte entdeckt habe, schon immer nutze. Wenn ich sonst schon nichts genommen habe, außer Sachen, die meiner Haut nicht gut getan haben. Mascara musste tatsächlich immer sein. Und ich bin so froh, jetzt einen gefunden zu haben, der sich tatsächlich auch endlich mal einfach ohne viel Gereibe und Gezerre entfernen lässt. Ich bin jedes Mal wieder erstaunt. Eben garantiert nicht die Papierstückchen aneinander, sondern an meiner Hand. Das ist immer eine Riesensauerei. Deshalb bastele ich auch nicht so gern. Deshalb nähe ich lieber. Da kann ich nichts mit Kleber verursachen. Aber beim Nähen habe ich mir schon mal die Nadel voll in den Daumen, also die Nadel in der Nähmaschine reingeraten. Du hast gesehen, man braucht weder Talent noch viel Zeit, um einfach frischer auszusehen, damit es leichter fällt, sich selbst das Lächeln zu schenken. Und jetzt Haare föhnen und fertig. Und damit der graue Ansatz schneller rauswächst, nochmal ein bisschen Kollagen. Denn das ist tatsächlich nicht nur für deine Haut, für deine Gelenke gut, sondern auch fürs Haarwachstum. Also von daher schnell runter mit dem Shot und ich mache jetzt mal die Saugroboter wieder an.